Hallo, ich begrüße dich zu meinem Podcast Hashtag Elternglück. Bevor es nun losgeht, nochmal ein kurzes Vorwort. Dieser Podcast soll nicht nur die glücklichen Momente einer Schwangerschaft hervorheben, sondern auch die negativen, die Schicksalsschläge, die Trauer, die Zweifel. Dieser Podcast soll euch auf keinen Fall entmutigen, im Gegenteil, er soll euch ermutigen. Wenn ihr auch schwanger werden möchtet, dann bleibt dran, holt euch eventuell medizinische Hilfe, medizinischen Rat und dann hoffen wir, dass ihr genauso viel Glück verspürt, wie wir es am Ende verspüren durften. Kapitel 1 Glück und Schicksal Wir versuchten schon einige Zeit schwanger zu werden. Zunächst hatte es lange gedauert. Immer wieder war das Testergebnis nicht schwanger. Wir haben uns nicht entmutigen lassen und wurden belohnt. Endlich schwanger. Wir freuten uns. Einige Tage später setzten bei meiner Freundin Blutungen ein. Nach einem Termin beim Frauenarzt war klar, ja, wir waren schwanger, aber der Embryo war nicht lebensfähig und wurde vom Körper abgestoßen. Wir waren niedergeschlagen, haben uns viel darüber unterhalten, blieben aber zuversichtlich. Kapitel 2 Die zweite Schwangerschaft Wir haben den ersten Schock verarbeitet und waren bereit, es wieder zu versuchen. Es verging etwas Zeit bis zum nächsten positiven Test. Die Freude war sehr groß, aber jedes Zwicken und Ziehen wurde zur Qual. Jeder Besuch beim Frauenarzt wurde für uns zur Folter. Mit der Kernfrage, ist es auch gewachsen? Die ersten Wochen verliefen okay. Das Embryo wuchs etwas langsamer, aber die Situation war nicht besorgniserregend. Jede weitere Woche entfernten wir uns von der Nominalkröße. In der achten Schwangerschaftswoche war kein Wachstum wahrzunehmen und auch kein Herzschlag. Somit war auch dieses kleine Wunder verloren. Wir mussten eine Ausschabung vornehmen lassen, damit der Embryo genetisch begutachtet werden konnte. Bei dieser Begutachtung wurden Auffälligkeiten festgestellt. Es war eine unbeschreibliche, schreckliche Zeit voller Tränen, Trauer und Zweifel an unserem Körper. Nachdem der Befund vorlag, schickte uns die Gynäkologin zur genetischen Untersuchung. Das Ergebnis? Wir beide sind gesund. Kapitel 3. Der dritte Schicksalsschlag Nachdem wir die zweite Fehlgeburt verarbeitet haben, sind wir wieder in den Sattel gestiegen. Zu unserer Überraschung wurden wir dieses Mal schneller schwanger. Der Test war positiv. Aus vorheriger Freude bei Schwangerschaft 1 und 2 wurde verhaltene Freude und mehr Angst. Wieder war jedes Zwicken oder Ziehen eine Qual für uns beide. Jeder Besuch beim Frauenarzt fühlte sich an wie die letzte Meile. Wir waren das erste Mal erleichtert, als wir wussten, das Embryo wächst. Und wir haben die achte Schwangerschaftswoche überstanden. Bisher zwar noch kein Herzschlag, aber wir hatten ja noch Zeit. Also ging es wöchentlich zum Frauenarzt. Die zwölfte Schwangerschaftswoche brach an. Nach dem Ultraschall war klar, das kleine Herz schlägt nicht. Es wurde wieder eine Ausschabung notwendig, um den Toten Embryo genetisch zu untersuchen. Dieses Mal war der Befund unauffällig. Es war die Hölle. Ich hatte Angst, meine Freundin zu verlieren. Ich kann mir als Mann nur schwer vorstellen, wie es als Frau ist. Schließlich findet alles im Körper der Frau statt und nicht im Mann. Durch viele Reden, gemeinsames Weinen, Trösten und Widerreden gelang es uns, auch diesen Tiefpunkt zu überstehen. Uns war nun klar, bevor wir wieder versuchen, schwanger zu werden, müssen wir nachforschen, warum die Situation war, wie sie war. Eine weitere Fehlgeburt wollten wir ohne Input durch Experten nicht riskieren. In der nächsten Folge werde ich den medizinischen Aspekt beleuchten und im Anschluss erzähle ich euch den Verlauf der vierten Schwangerschaft, die unseren Sohn hervorbrachte.